Dann herzlich willkommen, Pressekonferenz, Pressegespräch vor unserem Auswärtsspiel Montagabend 20.15 Uhr im Revierpower-Stadion gegen den VfL Bochum. Aus Lautern werden uns Stand jetzt etwa 1.400 FCK-Fans ins schöne Ruhrgebiet begleiten. Schiedsrichter der Partie Florian Mayer aus dem niedersächsischen Burgdorf. Letztes Spiel, FCK-Spiel unter seiner Leitung, das Rückspiel in der Relegation, dessen Ergebnis ich verdrängt habe. Die weiteren Spiele, Pauli etc., da ist noch relativ lange hin, machen wir bei der nächsten Pekade. Wir sind jetzt knapp bei 30.000 für Pauli, das machen wir später. Gehen wir zuerst mal zu den beiden auf dem Podium, neben unserem Chefcoach Kostarunjajic auch Tobi Sippel. Und die erste Frage direkt an Tobi, zwei Gegentore gegen den KSC, sowas wurmt dich, wie ich weiß, gewaltig. Aber trotzdem war das insgesamt eine richtig, richtig gute Offensivleistung, oder? Ja, jetzt nicht nur diese Woche gegen KSC, schon die letzten drei, vier Wochen haben wir das vorne sehr gut gemacht. Wie du jetzt schon gesagt hast, als Torwart ist es nie schön, wenn man zwei Gegentore bekommt und vor allem, wenn man nur zwei Schüsse aufs Tor bekommt. Und dann schenkt man sich praktisch selbst noch so eins, selbst eins ein. Und das tut natürlich enorm weh. Und es sind aber natürlich auch Fehler, aus denen lernt man. Und ich denke, sowas wird nicht mehr vorkommen. Beim VfL Bochum treffen wir jetzt auf eine Mannschaft, die vier Ligaspiele mit dem Pokal sogar schon fünf Spiele verloren, aber auch auf alte Bekannte. Wie wollt ihr als Mannschaft das Spiel angehen? Was habt ihr euch vorgenommen? Wir haben uns vorgenommen, natürlich drei Punkte zu holen, weil wir haben hier zwei verschenkt. Das heißt, wir müssen die auswärts wieder reinholen. Und uns ist jetzt relativ egal, wie jetzt Bochum die letzten Wochen gespielt hat. Wenn wir unsere Leistung, glaube ich, abrufen, dann können wir das Spiel auf jeden Fall für uns entscheiden. Der Tobi hat es angedeutet. Wenn wir unsere Leistung abrufen, wenn wir unsere Aufgaben erfüllen, dann werden wir in Bochum gewinnen. Sieht der Coach das genauso? Ja, so selbstverständlich, wie ihr zwei das hier so darstellt, wird es sicherlich nicht sein. Wir haben vor, jedes Spiel zu gewinnen oder gewinnen zu wollen. Das ist klar. VfL steht unter Druck. Ihr habt es angesprochen, die Niederlagenserie ist sicherlich auch bei den Spielern in den Köpfen. Ja, Bochum will die Angst besiegen. Sollten sie das nicht schaffen, wissen wir auch, dass Angst zu Lähmungen führen kann. Und dennoch, VfL will nicht weiter nach unten. Wir wollen mindestens da bleiben, wo wir momentan uns befinden in der Tabelle. Und ja, es wird ein spannendes und interessantes Montagabend-Duell. Der VfL zeigt sehr gute Werte, was Zweikampfverhalten angeht. Ich glaube, die sind momentan an zweiter Stelle nach uns positioniert. Auch was die Torschuss-Statistik angeht, sind sie ganz weit oben. Das heißt, diese Mannschaft hat Qualität, hat Potenzial. Sie steht momentan da, wo sie sich gerade befindet. Aber sie werden auch sicherlich, genauso wie wir vorhaben, gegen uns zu gewinnen und wird ein interessantes Spiel. Zeigen die statistischen Werte aus, wie eng die Liga beieinander ist im Augenblick? Es ist Fakt, dass noch alles sehr eng beieinander ist. Und wir müssen aus jedem Spiel versuchen zu lernen. Die Brutto-Netto-Quote im letzten Spiel hat nicht gepasst. Wir haben einfach zwei Punkte zu wenig aus diesem Spiel mitgenommen. Und ich hoffe, dass wir daraus lernen, dass wir hinten die Fehler minimieren, vermeiden und dass wir im Abschluss mehr Effizienz zeigen. Gibt es Fragen eurerseits an Kosta oder Tobi? Kann ich mir nicht vorstellen. Emma Babst vom SWR, Mikro ist auf dem Weg, Emma. Ja, Herr Runiajc, Sie sind jetzt, glaube ich, fünf Spiele haben Sie mittlerweile hinter sich in Kaiserslautern. Zwei in der Liga, eins im Pokal. Was mir aufgefallen ist, relativ schnell eigentlich vom ersten Spiel eine Stammformation herauskristallisiert, zumindest von neun Spielern. Jetzt gibt es halt zwei, die immer hin und her wechseln, Willi Orban und der Ring. Haben Sie da schon für Montag neue Positionierung? Weil ich glaube, der Willi Orban hat sich jetzt ein bisschen aufgedrängt, oder? Der hat auf jeden Fall, immer wenn er gespielt hat und im Spiel war, ordentlich gespielt. Willi ist ein großes Talent. Ich traue ihm sehr viel zu. Er ist bei weitem nicht am Ende seiner Entwicklung und es macht Spaß mit ihm zu arbeiten. Es macht auch Spaß, ihn im Spiel zu sehen. Er ist ein sehr guter, nicht nur Ergänzungsspieler, sondern auch ein Spieler, der sicherlich auch immer wieder in den Überlegungen bei uns ist, ihn von Anfang an zu bringen. Aber ich kann das momentan noch nicht sagen. Wir haben morgen nochmal Training und am Sonntag und bis Montag ist noch ein bisschen Zeit. Morgen wird sicherlich auch der eine oder andere auch in der U23 eingesetzt. Hier ist auch ein Derby gegen der U23 von FSV Mainz. Es ist Fakt, dass wir mit quasi immer acht oder neun Spielern bisher die gleiche Stammformation gezeigt haben. Aber ich glaube, am Montag werden wir sicherlich die eine oder andere Position neu besetzen.